Ich kann den Batman Macht es sich so besser wenn man die ganze Zeit von Van verfolgt wird? Das würde ich mal gerne wissen Obwohl ich hab schon jemand probiert Ich bin Snake-A-Man! Verpiss ihn! Deine Angst jetzt, wirklich Es ist einfach nur erbärmlich Das Fahrzeug ist bald tot, pass lieber auf Ich kann ja nichts dafür, dass dieser Vollpfosten ausrastet Die geht zur Straße blockiert und ich nicht mehr wegkomme Oh mein Gott Zu schön, zu schön Bullen abschießen, ich geh mir auf den Sack Weißt du warum ich nicht abschießen? Zumindest jetzt nicht Weil er die ganze Zeit dann mit einem Van in Unfall baut Dann knallt er sich vielleicht gegenseitig Und überhaupt ist ja eh gleich vorbei Also von dem her Don't get your panics in the Twister Probation... Was ist das eigentlich... Hm... Nicht so richtig Ne, warte mal, das wäre ja eine Probation Ach keine Ahnung Probation... Sagen wir es gleich Probation... Nein, nicht wegfahren Du hast die Kunde noch nicht eingelassen Komm! Go, go, go! Ist jetzt vielleicht für dich etwas, die ist ein bisschen leichter Ist jetzt vielleicht für dich etwas, die ist ein bisschen leichter Oh nein, nein Komm zum Punkt! Nein! Wir haben es nicht geschafft Ich hasse es nicht so sehr dafür Oh ja... Diese Scheiß-Mission Diese dumme... Kant! Ich sag doch, schieß die Bullen ab! Meine Fresse hätte es davor auch aufpassen können Einfach die Auge auf der Straße behalten Es ist so schwierig Du Azubi Ich werde definitiv noch mit meinen nerdigen Bossen eine Diskussion haben Ich werde deine klatschen, wenn ich das sehe Meinst du, zum echten Leben oder im Spiel? Schwier Ja, dann... Steig mal lieber aus Gott! Gott! Was treibst du? Gott! Da ist... Äh... Ne Brotsteinkante Ich fahr drauf und das Auto haut's da rum Was zur Hölle? Bist du sicher, dass es nicht eine Mauer warf ist? Dein Ernst Fucking... Damnit! Dieser Farbfick der Hure! Schiegt ihn ab! Ich hab nur ne Fordi vor Was soll ich sagen? Ich spare wenigstens mein Geld und investiere es Bich Du musstest investieren, das kriegst kein Geld Pfff... Was denn hier die unterbezahlte Putzkraft? Pass auf was du sagst, ich spare hier gerade Was sollst du machen? Die Mission scheitern lassen, dann leiden wir beide Was ist die nächste Drohung? Komm schon! Mich danach zu verprügeln? Ja... Guter Witz! Ich geb dir da ne Zuhörlterscheine! Pfff... Ehrlich ist es mal hier, heilige Scheiße! Rechts abbiegen! Rechts abbiegen! Rechts abbiegen! Genau! Du Schweine! Weißt du wie viele Kinder dafür arbeiten mussten? Was für Theopaten sind das? Das sind wohl Paparazzis Das sind wohl Paparazzis Verpiss dich! Ich würde mal gerade wissen, warum diese Welt so schnell ist! Heilige Scheiße! Bei solchen Typen wünsche ich mir lieber die Cholera! Gott! Ja, ich bieg einfach mal mitten im Weg links ab, das klingt doch gut! Ich muss mir vorstellen, dass die pro Bild 1000$ bekommen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so wie... Nee! Sag mal, ist das ein geheimes Star oder was? Ich hab keine Ahnung! Aber diese Nut, der geht mir so auf den Sack und diese kleinen Spassen, die uns hinterher fahren genauso! Wow! Das sah interessant aus! Ich schweib bei Gott, wenn die jetzt nochmal irgendwo hin, weil ich bring sie um! Wow, das hat viel gebracht! Diese Typen, die machen... Wow! Sag mal, willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Was? Ja! Ein Powerslide möchte sie! Alte! Slide ich gleich in die nächste Wand! Ich wollte eigentlich gerade ihm nur sagen, ich slide sie gleich quer durchs Gesicht! Ja, jetzt... Ihr sind sowieso am Arsch! Gott! Ich hab nicht gewusst, dass es zu einem Arschkrampf kommt, das kann ich dir schon mal sagen! Naja, wenigstens ist sie weg, das ist schon mal gut! Ja, die sah aus wie die Asiaten aus Dead Rising 2! Ach so! Ja, dafür so ein bisschen zu... ähm... Schokoladenbraun! Findest du nicht? Naja, bei mir seid ihr eigentlich ganz normal! Willst du mich verarschen? hm, huh! Lalonala... Lalalalala... mh... Wünsche? Also wirklich? Verpisst euch, ihr verkackten scheiß minderwertigen Dreckstivilisten. Nicht verschlucken. Sag mal. Das ist nicht dein verfickter Ernst, oder? Ich kann einfach nicht mehr. Bitte verhendet diese Aktivität. Ich hole mal Handgranaten. Und dann werde ich diese kleinen Spaß mit Handgranaten abwerfen. Jetzt fährt mich noch einer von denen um. Komm her! Komm her! Komm her kurz her. Steig ein, Kildschubbe. Immer schön mit der Ruppen. Wo möchten sie denn hin? Waffenladen. Okay. Wie gut du Waffenladen? Mit Kamera-Equipment. Ach Mensch. Oh nein! Was zum Teufel war das gerade eben? Weißt du, ich habe ja irgendwie gehofft, dass wir diese Aktivität jetzt schaffen. Aber nope. Wir werden durchgenommen. Ja, Kildschuber. Ich erinnere mich an die Donny Mission. Ach Gott! Donny! Erinnere mich nicht daran. Das war ein absoluter Krampf. Genau, wie das gerade eben. Ne, Donny war ein schlimmer Krampf. Glaub mir. Ach hier! Hier! Ist ein Polizeimotorrad. Er wird sogar gesucht. Upsi. Lalalalala. Ich würde mir wirklich gerne wissen, ich fahre auf dem Rand stehen, drauf und dann wieder runter und dann spackt mein Motorrad rum. Was? 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 Was machst du? Ich will den Spaß nach mir abgeschossen. Ich will da geturntes Fahrzeug. Oh, schade. Lalalalala. Lalalalala. Die Bassenfragen ist, warum willst du dir jetzt noch Granaten kaufen? Ich werde sie alle in die Luft sprengen. Oh, du drehst gerade eben nur durch. Würdest du mir das sagen? Nein, nein. Pfff. Ich bleib dabei, Donny war schlimmer. Ach ja, und weißt du was das Schöne ist? Soweit ich gesehen habe, ist das sogar die nächste Bruderschaftsmission. Ist das nicht wunderschön? Ach doch. So, ich muss mal kurz speichern. Sagst du mir jetzt einfach, dass du gerade dein ganzes Geld ausgibst? Ja, aber 5,7. 5,7? 5,7 Dollar oder 507? 5,7 Dollar. Ach so. Okay, Schuhober, bleib weg. Ich habe dir nichts angetan. Ich habe meine Mission stets gut erfüllt. Gebt mir nicht die Schuld für die Paparazzis. Du verstehst es nicht. Es war alles... Es ist alles... Es ist nicht so, wie du denkst. Oh, oh. Ich komme mir gerade eben wie eine Mission vor, wo ich ein Charakter bin, der gleich sterben wird. Danke, Killtrooper. Hey, don't shoot a messenger. Er hat dir nichts angetan. Oh Gott. Hilfe Polizei. Hilfe. Hilfe. Du verrückter verfolgt mich. Hilfe. Hilfe. What the fuck? Hilfe. 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 Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja. Kannst mich niemals besiegen. What the fuck? Wo bist du? Ach. Ach, ich lebe noch. Ach. Ich lebe noch nicht zu. Ach. 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 Das war ja klar. Hilfe! Hilfe! Komm her! Komm her! Ich brauch dich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! The fuck! Das kann ich doch für die Bitch! Der braucht eine halbe Ewigkeit um aufzustehen. Fuck! Halleluja! Blöde! Ich treffe alle andere außer dich! Wow! Hast du wirklich so akk... Ich war blöd, wenn ich dich wiederbeleben würde. Aber weißt du was? Ich bin so nett. Hilfe! 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 Es ist ein verrückter! Halte dich auf! Lalalalala! Ich kann nichts dafür! Ja, ich wollte die Mission vielleicht starten und es tut mir auch sehr leid dafür, aber trotzdem! Ich drehe es gerade eben durch! Ich habe eigentlich eher gehofft, dass ich wegfliege, aber okay! Ist das eigentlich dein verfickter Angst? An was ich hängen bleibe? Ach ja! Okay, Turbo! Auf was du sauer bist! Das ist einfach nur zu gut! Ich habe dir nichts getan und du gibst mir die Schuld für alles! Ich sehe deine Platten! Ja und? Das finde ich ja nicht in irgendeinem Spiel, wo es relevant ist! Ich bin so gespannt. Das ist einfach gut. Ich bin so großartig, aber wasbiniert, wurde ich ...